bahnhof gut wo soll hier der bahnhof hin frauenfeld ich würde sagen eher hier hinten könnten wir zwar eigentlich auch hier durch den hier hinten hinstellen hätte ich jetzt gesagt warum nicht das teil den hat er eh noch nie ja die mail mode haben wir ja hier auch drin man sieht ach ja ich wollte noch schauen frauenfeld hat glaube ich drei gleise das richtig ist zwei bahnhof gebäude ja komm wir machen den hier so muss ja nicht der realität entsprechen dem her geht es ja gut ich würde sagen wir machen den hier hinten hin müssen wir hier erst noch ein bisschen umbauen gehen wir mal kurz auf pause sonst bauen die nämlich gleich wieder das zeug hier an 20 ich mache noch eine breite strasse hier an ja an dieser stelle bahnhof so ich hoffe wir kommen hier jetzt mit den gleisen raus müssen wir das teil noch mal abreissen wenn es geht und es geht und es geht So, wir dürfen sie wieder bauen hier, können hier vorne herüber. So, nochmal hier nehmen wir die vier Gleise gleich mit dran. Momentan haben wir hier nur zwei Gleise verbunden, reicht auch. Was ist hier los? Warum geht das nicht? So, vornfalls haben wir mit am Netz. Jetzt könnten wir hier hinten. Moment, ja wir müssen hier hinten eigentlich noch reinfelden. Hoch. Das haben wir ja hier hinten theoretisch nicht. Ja, hier dazwischen wäre noch Gundezwil. Ja, lassen wir lassen vor. Wird eigentlich auch so passen. Jetzt haben wir hier doch irgendwo den Zugspeicher. Ja. Das müssen wir doch hier oben. Elevated Station. Ja, wo ist denn das Teil? Ich suche Trainstore. Man sollte die Augen aufmachen. Das Einfahrtsgleis, wie lange soll das sein? Linksverkehr. Ja, das wollen wir noch oben. Strassenkehr. Ja, wäre vielleicht noch sinnvoll. Ja, geht nur nicht mit den, so kann ich das nicht bauen. Mit Chancenkehren geht es nicht. So, jetzt hoffe ich, wo sind die Gleise? Ja, die sind richtig. Aha, zwei rein, zwei raus. Gut, das heisst, wir haben hier in dem Fall jetzt eine viergleisige Spur, die wir gleich hier so anschliessen können. Ja, ich würde es lieber so machen. Jetzt sehen wir hier nämlich auch ein bisschen noch die Züge. So. Bisschen teilen. Machen wir hier noch die Kreuzweichen. Signale nehmen wir, das sind glaube ich die hier gewesen. Ne, die waren es. So. Ähm, Gegenrichtung. Das müssen wir hier haben. Auf der anderen Seite machen wir die mal hier vorne. Ja, geht gerade nebeneinander vom Abstand her. Ja, wir können da hinten auch noch machen. Gut, hier hat es eigentlich, so wie es ausschaut. Oh, hier hat es bereits. Gut. Ähm. Ja, das ist jetzt ein bisschen geschlecht hier, an der Stelle, dass hier die Gleise so runtergedrückt werden. Ja, dann machen wir hier das Tunnel noch ein bisschen länger, dann fällt das nicht auf. So. Jetzt hier ins Tunnel rein. Ja, hier ist die Schwerwelle auch noch, aber das sieht man so jetzt nicht. Von dem her fällt es nicht so gross auf. Gut. Hier vorne brauchen wir auch noch Kreuzweichen. Vorzugsweise natürlich hier nach dem Bahnübergang. Jetzt haben wir hier wahrscheinlich wieder das Problem mit dem Terrain Höhe hier. Ja, wenn es kurz hält, dann geht es. Und ist ja auch am Bahnübergang und wir haben hinten dann ja eh den Bahnhof. Deshalb macht es nichts. Moment, die Signale brauche ich noch. Hier nehme ich auch noch nicht. So, da vorne haben wir noch. Ja, hier können die Züge eigentlich auch bis da hin fahren. So, das stimmt. Ich dachte gerade, ich hätte es jetzt auf der falschen Seite wieder hingesetzt. Hier auch schon. Und eben auch noch hier oben hält die Kreuzweiche noch. Hier rein. Und das Signal hier hin. Das Ausfahrtsignal machen wir hier vorne. Ja, ist eigentlich von der Länge her in Ordnung. Hier haben wir hier Kreuzweiche nicht. Aber in der Richtung hartem Stau. Schon jetzt am Kreisel. Ja, das starrt sich schon jetzt. Hier haben wir kein Signal. Der Stau. Gut, der Stau zieht sich bis. Eieiei. Ja, weiter als Oberwintertour. Das ist der Wahnsinn. So ein Riesenstau. Können wir die Straße noch ein bisschen ausbauen. Eventuell. Eventuell. Naja, bringt wahrscheinlich nur nix. Ja. Ja. Der hier Probleme. Wenn die da runter wollen, dann sollen sie anstehen. Offensichtlich. So und wir machen hier noch die Gleise. Das nächste wäre eh hier vorne. Und hier vorne haben wir eine Kreuzung. Und hier. Gut. Ja, der Testzug steht jetzt auch nicht mehr hier. Und der Testlinie ist auch weg. Ab Honden gekommen. Augenscheinlich. Ja. 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 Ja, der Stau bis der weg ist wird es ein bisschen dauern. Wenn wir hier vielleicht an den Zug installieren, würde der vielleicht weg sein. Ja. 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 Da können wir ja eine in machen. Machen wir mal Weinfelden. Ja. 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 Jetzt steht gerade der hier drin, das heisst, mit dem würden wir jetzt hier vorne die Strecke blockieren, das heisst, wir machen das anders, den nochmal raus, wir schicken den hier auch aufs Abstellgleis. Hier rein, holen ihn dann hier hin, aufs Gleis 7, gehen dann hier oben hin, auf die 2. Wir fahren dann hier weiter, die 1. Und dann hier rauf noch Frauenfeld, aufs Gleis 3. Wir gehen dann hier hinten rein, hier wieder zurück auf der 4. So, so bekommst du immer. Gehen hier unten, ja, über dieses Gleis. Wir fahren hier diesen Bahnhof an, auf dem Gleis 3. Jetzt gehst du natürlich auch übers falsche Gleis. Von der 2 aus müsstest du eigentlich hier raus. Ach nö, hä, das habe ich jetzt hier gemacht. Auch, ich habe hier das Signal vergessen. Das ist ja, äh, Moment, das ist immer noch der 3. Hier geht ab über Gleis 2. Ah, der geht hier lang. Ja gut, ich muss hier nach diesem, muss der hier lang, kommt so rein, dann gehen wir hier hinten im Gleis. Ja, ihr könnt ihn auf dem Mittlerngleis fahren, hier geht wieder auf die 7 zurück, hier oben hin. Das wäre eigentlich der Plan. Und der Zug steht jetzt hier hinten. Und das wäre die S, ich glaube es ist die S30, wenn ich mich nicht täusche. Das kann jetzt sein, dass ich mich auch vertan habe. Wäre ja normal. Not all? Hm. Vielen Dank. Ich müsste hier kurz schauen. Ich müsste hier kurz schauen. Einbilden. Es ist die S30. Okay, die S30 ist es. Habe ich da doch recht gehabt. Gut. Hier müsste man jetzt noch einen Fahrplan einfügen. Weil der hier hat auch einen Fahrplan drin. Das Problem wird sein. Fahrplan. Es ist 29. Der fährt. Und da hinten weg. 10 und 40. Ankunft 19 und 49. Und der fährt von Winterthur 16. Das heisst, die S29 fährt von Winterthur 12 und 42. Der hier fährt von Winterthur. Ankunft Abfahrt. Abfahrt. 16. Das heisst, der wird hier 13 hier sein. Abfahrt. 10. 10. 2 Minuten vorher. 13. Und hier fährt der hier hinten. Und machen wir hier 13. Fährt der hier hinten. Ja, der Gute kann hier auch um 12 ab gehen. Und hier zwölf rein. Der 51 ist in Weinfelden. 20 ist in Oberwinterthur. Gut, ich weiss jetzt nicht, wie lange der hier braucht. Natürlich. Da müssten wir jetzt schon einen mal fahren lassen. Ich würde sagen, da lassen wir jetzt einfach einen bohren. Jetzt müssen wir hier mal die Zeiten ermittelt bekommen. Das ist nur ein Wegzug. Aber wir können hier einen holen. Oh, nicht gleich hier. Aus dem Dipo raus. Brauche ich dann noch mal einen Zug. Bombardier Talent. Ja, wir könnten jetzt auch einen Doppelstock nehmen. Wir müssen ja nicht wie ein Turbo einsetzen. Könnten wir, müssen wir aber nicht. Was haben wir hier unten? Der Twindex Grün. Den könnten wir vielleicht nehmen. Das sind eben die Stadler. Ja, eben einen mit der Lackierung von der Turbo habe ich leider nicht. Den gibt. Den Mod habe ich auch nirgends mehr gefunden. Komischerweise. Daher kann ich den auch nicht einsetzen. Wien. Ja, was nehmen wir da? Der Domino. Moment, das. Mittel-Tour-Gaubahn. Den könnten wir nehmen. Warum nicht? Genau. Nimm den hier. Die Mittel-Tour-Gaubahn. Neu, aber in der normalen, vorwärts. was haben wir denn hier noch, dreiteilig, dreiteilig, ist doch auch SBB, das haben wir hier weiter unten noch, der Dual Stokes, ja den werden wir dann brauchen, noch so einen Callen, ja wir nehmen den hier, wir finden den wieder, hier, nehmen wir den hier und dann schicken wir den auf die Linie S30, müsste der auch hier schon kommen, ja, steigen wir gleich mal mit zu, das ist wieder der, die kommen so, scheußlich schief hängt, also die Komma-Position ist jetzt hier ein bisschen gewöhnungsbedürftig, ja, weil die Kamera hier so komisch rumschwabelt, rumschwabelt, mit dem hinteren Teil, ja der geht jetzt direkt zum Abstellgleis, erstmal, aber der Zug sieht eigentlich noch relativ hübsch aus, muss ich sagen, so, dann haben wir hier schon wieder einen Zug, der steht, gut, das ist, habe ich hier den Haken gesetzt, nee, Scheibengräster, nicht gemacht, weil der dürfte eigentlich jetzt gar noch nicht losfahren, gut, der andere müsste eigentlich erst gehen, der hier, und dann müsste eigentlich der loszischen, mal schauen, ob das auch so ist, mal schauen, ob das auch so ist, dann warten wir hier mal, jetzt ist die Zeit 32 äh 03 das heisst wir werden hier mal kurz ein bisschen schneller laufen lassen, damit die Zeit ein bisschen vorangeht dann werden wir gleich sehen, ob der hier gleich wegfährt oder nicht 12 müsste der wegfahren, dann müsste der andere eigentlich schon weg sein ein bisschen wegfährt oder nicht mehr wegfährt oder nicht mehr wegfährt oder nicht mehr wegfährt